Wer hier in Bad Vilbel über die Straße geht, der wird demnächst möglicherweise zweimal hingucken. Es gibt jetzt ein ganz besonderes Ampelmännchen, ein Motiv des sogenannten Wasserdokters Sebastian Kneipp mit Gießkanne. Kneipp hat ja ganz besondere Naturheilverfahren entwickelt, wie das Wassertreten oder die Kneippgüsse. Und Kneipp wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Das hat die Stadt Bad Vilbel zum Anlass genommen, die Ampelmotive hier umzugestalten. Die Idee dazu hatte Peter Wolf, der Vorsitzende des Kneipp-Vereins in Fulda. Viele denken beim Kneipp nur an das Wassertreten. Das ist ja eine ganz alte, auch eine touristische Einrichtung. In fast jedem kleinen Dorf gibt es ein Tretbecken oder eine kleine Furt über so einen Bach. Also das Wassertreten selber verbinden viele mit Kneipp. Liegt auch daran, dass er historisch sich selber so kuriert hat. Aber Kneipp selber hat fünf Säulen und Wasser ist eine dieser fünf Säulen. Das andere ist Bewegung. Das sind die Heilkräuter. Das ist auch, dass man zur Ruhe kommt. Und auch die gesunde Ernährung. Und alle diese fünf Säulen passen eigentlich in die heutige Zeit, wo jeder auf seine Gesundheit achtet. Auf gesunde Ernährung, dass man zu sehr am Schreibtisch ist und als Gegenmittel quasi sich bewegen muss. Und darum diese fünf Säulen passen in die heutige Zeit. Und nicht umsonst, ich hatte das vorhin bei der Begrüßung erwähnt, ist Kneipp oder die Kneippsche Gesundheitslehre seit 2015 in Deutschland immaterielles Kulturerbe. Und wir müssen jetzt auf Holz klopfen, wenn alles gut geht, nächstes oder übernächstes Jahr auch von der UNESCO immaterielles Welterbe. Ich habe eben auch nochmal mit dem Bürgermeister von Bad Vilbel, Thomas Stöhr, sprechen können. Auch dem gefallen die Motive sehr gut. Er sagt, die sind natürlich aber auch nur ein Symbol. Tatsächlich sollen im nächsten Jahr die Kneippanlagen hier in der Stadt ausgebaut werden. Es soll in Bad Vilbel, das hat er gesagt, ein neues Wassertretbecken und einen Barfußpfad geben. Und das hat er gesagt, ein neues Wassertretbecken und ein neues Wassertretbecken.